Leute, ich habe so einen kranken Prank, so eine kranke Idee. Ich werde aber nichts sagen. Und es wird auch ein Prank sein, bei dem Sandra selber Teil davon ist. Also Leute, der Prank beinhaltet Redstone. Und einen Schalter und TNT. Und dann wisst ihr, glaube ich, schon, um was es geht. Sandy, erstmal, was ich gerade als Bürgermeister von Los Lucros hier beschlossen habe. Äh, ja? Ich werde meinen Minecraft-Namen geleakt oder ich checke es nicht mehr. Ich werde die ganze Zeit von irgendjemandem angerufen. Wer ist das? Sandy, man sieht doch deinen Minecraft-Namen hier die ganze Zeit im Spiel. Aber du musst halt dieses Minecraft-Anrufen ausmachen. Wie denn? Alter, vier. Fick dich, ich schwöre es dir. Jetzt lädt mich Hacker 08 11 99 oder so ein. Ich glaube, ich spiele. Wo wirst du denn angerufen oder ist das Skype vielleicht? Nein, Minecraft für Windows. Minecraft-Windows. Da wirst du angerufen. Ja. Ist das gerade der Fall bei dir? Ja. Weird. Geh mal ganz kurz ran. Ja, geh mal ran. Das will ich auch mal hören. Dann leg mal hier auf. Das hören wir uns jetzt mal an, was die dazu bequatschen haben. Das war jetzt nicht so witzig. Naja. Also wir sind jetzt eh gerade auf so einem Call raus, Leute. Ich werde jetzt mal eben fix hier den Prank vorbereiten. Und zwar ist der Plan, wir setzen nämlich TNT hier hin und werden das jetzt verbinden über Redstone. Ich werde das jetzt unterirdisch verbinden, sodass sie selber einen Schalter drückt. Und ich sage, da passiert was. Dann drückt sie den Schalter. Und das Einzige, was passiert ist, dass bei ihr eine Bombe hochgeht. Das heißt, sie prankt sich quasi selber. Und sie springt auch selber in die. Ich habe hier einen Schalter gemacht. Weil es gibt in Minecraft sowas, das nennt sich Feuerwerk. Geh mal hier hin. Hier, wo ich gerade bin. Von hier, dass du auch quasi dein Haus so mäßig sehen kannst. Und dann drückt man den Schalter und dann guckt man dein Haus an. Und dann drückt man den Schalter und dann drückt man den Schalter. Was ich sagen wollte, ist, dass ich als allererstes die wichtigsten Sachen, die wir haben, jetzt erst mal verstecken werde. Und damit keiner weiß, wo ich die Sachen verstecke. Nicht mal ihr könnt jetzt spoilern. Nur wenige Minuten später. Och nee, Sandy. Ey, mein schöner Stall. Warum macht man sowas? Ja, Sandy, dann fasst du mir doch mal zusammen, was ich gemacht habe. Du hast mich ja zahlreiche Male geschlagen heute. Ich würde sagen, mindestens 100 Mal. Ja, verdient. Ja, verdient. Warum? Ja, ist so, Junge. Ich habe dir sogar den Creative-Modus gegeben. Den ich nie ausfuhr. Wer erlaubt dir überhaupt zu bestimmen, wann ich den Creative-Modus machen darf und wann nicht? Möchtest du auch mal OP-Rechte haben? Ja. Okay, ab jetzt bist du auch OP. Den einen schieben wir ganz weit weg. Der andere ist deutlich näher. Ey, ich kotze in mein Arschgesicht, Mann! Eine Chance gebe ich dir. Eine allerletzte. Dicke, alles ist hier voll mit Tieren. Ich könnte kotzen, Mann. Das war so eine Heidenart. Ich rasch komplett aus. Bruder, das ist doch nicht mehr normal. Ich meine, schaut euch das mal an. Das eine Schwein ist hier, das andere ist deutlich näher am Eingang. Ich laufe jetzt direkt rein. Wenn ich mich jetzt umdrehe und die stehen da wieder zu zweit, dann werde ich diese Schweine töten. Du kannst dir das doch alles nicht mehr aufdenken, oder? Ich wollte dich nicht mal töten! Da stehen zwei Schweine! Ich wollte dich Schweine töten! Nicht dich! Auf einmal läufst du mir eine Klinge! Ich wusste, dass es dich am allermeisten provozieren wird, wenn ich Unordnung in dein Leben reinbringe. Danke Gaming4Jugend für... Oh mein Gott, Leute! Aus wie vielen? Ey, habe ich gerade aus vier Eiern fünf Hühner rausbekommen? Kann das einer klippen? Ich weiß nicht, ob Basti gerade live ist. Kann das einer Basti schicken und fragen, was die Chance dafür ist? Nö. Guck mal, wer da ist. Ey, jetzt ist Ultimate Venom auch noch ums Verhalten. Leute, es ist mir jetzt auch komplett egal. Wir haben nur noch 40 Minuten. Die Kröte springt hier auch rum. Ich werde jetzt die Tiere einfangen und dann machen wir in der nächsten Folge den Stall. Luca, hier schreibt jemand, hab Abitur abgebrochen, Sandy, du bist mein... Sandy, guck mal, Sirios Haus. Nö. Dicka, Sirio! Was baut der da? Null. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze funktioniert. Dann brauche ich aber ne neuer Achse, ne? Steinschmerzachse. Gut, mein Fehler. Ja, klappt leider nicht, Leute. Wir brauchen ein Behutsamkeitsbuch. Das Sirio... Woher brauchst du das denn? Hä? Wo brauchst du denn ein Behutsamkeitshut? Ein was? Behutsamkeitshut. Was? Behutsamkeitshut, oder wie das heißt. Was? Behutsam... Das ist doch noch mal Obo. Äh, Zungenbrecher. Behutsamkeitshut. Keine Ahnung. Was? Brauche ich? Behutsamkeitshut. Was brauche ich? Die Behutsamkeitshut. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Ein Behutsamkeitsbuch. Ich bin so dumm. Hier, ich hab's in Chat geschrieben. Sprich das aus. Bin ich dein Sklave? Du musst es lernen. Sprich es einmal aus. Hab ich Bock? Ich hab kein Bock. Weißt du, was heute richtig lachkig ist, Luca? Hm? Ich hab heute, ähm, die Terrassenböden bestellt, ne? Weil, also, wo man es halt bestellt. Bei einem... Wie nennt man das denn noch mal? Wie so ein Fliesending. Keine Ahnung, wie man das nennt, ne? Hm. Die schreibt mir in die Mail. Du kackst dir in die Hose jetzt, ne? Die schreibt mir in die Mail. Hier die Auftragsbestätigung. PS, ich feier deine TikToks. Nein! Ja? Wer? Ja, ich kann jetzt dir nicht den Namen sagen, aber ich kann dir gleich, äh, soll ich dir die Mail mal weiterleiten? Ne, wer gefragt hat. Ach, ich bin doch so ein Idiot. Weißt du, was ich gemacht hab? Ich hab aus Versehen meine Spitzhack mit Begutsamkeit gemacht und nicht ne Schaufel. Luca, ich hör dich nicht. Senni, wirklich oder prankst du mich? Luca, ich schwöre, ich höre dich nicht. Ich höre aber auch keinen Minecraft-Ton gerade. Hört ihr den Minecraft-Ton? Senni, ich glaube, du hast einfach deinen PC auf lautlos. Hörst du mich, Senni? PC auf lautlos? Hörst du mich? Ja! Ich hab dich die ganze Zeit gehört. Total toll. Luca, ich schwöre dir, ich werde die ganze Zeit von irgendeinem Bar-Free-Wi-Fi angerufen. Wie kann ich den löschen, Freunde? Alter, vier, wenn du in Minecraft bist. Nein, jetzt haben wir schwer die andere Kuh hier mit am Start. Und noch ein Schaf. Ja, will das Schwein vielleicht auch noch mit? Oh, und die eigentliche Kuh, die wir nehmen wollten? Leute, das funktioniert hier alles heute wieder nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber naja, wir gehen raus aus Minecraft. Oha, es hat direkt funktioniert. Tschüss, Minecraft-Loser ist vorbei. Bye!